Oh, es ist zusammen mit KrabsOne. Hallo. Mit dem Team KrabsOne83 und Grants. Moin. Der FC Barcelona und Nils. Moin. Möchtest du deinen Game of Thrones-Wit selber machen? Klee Game Boy, get fucking hype confirmed! Habe ich nicht verstanden. Und ich bin auch dabei und los geht's. Oh shit, ich habe einen falschen Wurm gekriegt. Oh, und alle nochmal ready machen. Wenn nämlich einer hier am Cheaten ist mit seiner Wurmwahl, werden alle wieder auf End-Ready gestellt hier. Gott sei Dank. Ja, ja, das ist ja hier fake. Ja, wir haben uns auch mal gedacht, wir zocken eine Runde Wurm's Clan Wars. Ist ein lustiges Game. Ich habe es ja auch schon seit Release, aber damals war es unspielbar gewesen. Und jetzt kamen wir nochmal auf die Idee, hier den Quatsch mitzumachen. War ja auch ein Cell gewesen. Und mal schauen, wie es wird. Wird bestimmt lustig. Wir haben es alle jetzt einmal nur kurz zum Einstellen gespielt. Das ist zu krass. Ja, wir haben wollen Rant. Möchtest du nicht. Naja, du nimm ruhig eine, die gerade, ja sowas zum Beispiel. Da spielst du jetzt meistens in der Mitte ab. Außer meine Würmer spawnen gleich alle für ihr Recht. Im Wasser. Ja, alle Recht. Ja, so viel Glück hat immer einer. Glaubt mal dran. Kein Spaß, ey. Das ist immer Kacke bei uns. Deswegen, ich mag es, wenn man den Modus wählt, dass man die Würmer wenigstens platzieren kann nach der Reihe. Das ist noch fair. Oh, oh ja. Aber sieht ganz fair aus eigentlich soweit. Ich sehe aber, glaube ich, noch nicht alle. Ich sehe. Oh, einer steht, ein Deutscher steht links am Abgrund. Einer ist zu mir am Arsch. Aber das ist so Artillerie-mäßig. Ja, das ist nicht meiner. Gut. Aber meine sind alle da unten. Ja, ich stehe natürlich. Einer von mir steht im Wasser da links drin. Natürlich, ey. Einer meiner, oh hier. Gerade war ich noch hellblau mit den Deutschen. Na, schade. Ja, toll. Jetzt bin ich blau. Hugo Boss. So, was habe ich denn so? Ey, der Kleine mit der Mütze sieht aus sehr geil aus. Oh, Standard-Scholli. Denk dran, ich weiß, aber Ken Swarm ist ja eh, wenn du dir mit der Shotgun selber Damage machen würdest, weil du zu nah dran stehst, wäre dein Zug vorbei, bevor du den zweiten Schuss machen kannst. Ja. Lol, das ist fast down. Das wäre ja sogar knapp gewesen, weil du dich daneben gestellt hast. Oh, gut. Ja. Super. Ich bleib da nach dem Wind, ey. Good luck. Da kannst du ja oben, über dir langsam das wegschießen und der Rote, der da im Wasser chillt. Alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut, yeah. Was ist denn, Alter? Versteckt sich einfach da drin. Er war doch bei Schutz und Graben. Schutz und Graben. Der salutiert sogar. Warte, bis du den Grabstein siehst. Oh Gott. Was hast du da für ein Item benutzt, um dich da rein zu brennen? Äh, Bunsenbrenner. Okay. Oben rechts. Firestarter. Hype ist zu fett. Den guten Base. So, was gibt's denn hier? What is hype may never die. Der Hype stirbt zuerst. Gibt's keinen Baseballschläger mehr? Doch, bestimmt. Der muss ja... Oh Gott. Ach nee, der ist zu fett. Das geht mit dem nicht. Aha. Ach, bestimmt, oder? Du wirst ja noch mal abhacken können. Ja, aber nee, der ist zu dick einfach. Baseball wird er auch gehitten. Ich zeig dir das. Warte. Guck. Er fliegt nicht weit, aber er hat schon Damage bekommen. Du hast aber den Hintergrund angegriffen. Ja. Du Mons. Kannst du mal weg hier von mir gehen? Ich stelle mich auf Dadosch's Kopf, da fühle ich mich sicher. Hucho, ne, Dolly ist dran. Ja, aber jetzt nicht, ne, nicht nur einmal drücken. Du musst in der Luft noch nach links lenken. Ach, das geht? Ja. Nach links gedrückt halt mit der... Ja, ja, genau. Und das ist eine gefährliche Stelle übrigens. Ah, ja. Ah, wend dich zu Dalu durch. Wend dich zu Dalu durch. Brich in seinen Schützen. Und du könntest... Müssen wir mal echt schauen, wenn du ein paar Granaten rechts rüberpfefferst. Also nicht Hugo-Bots da abschießt. Was tut er? Was, ist das ein Jetpack? Ne, ja, in einem Jetpack. Das ist aber gefährlich. Oh, nichts. Oh, Gott. Nochmal leer-Taste, dann ist das weg. Ah, okay. Und jetzt kannst du noch was anderes auswählen. Du hast noch 13 Sekunden. Was soll ich tun? Ja, Standard-Granade. Sechs. Beil dich. Vier. Ich find die Sachen. Drei. Drei. Eins. Drei. Ich geh in die Ecke. Ich geh in die Ecke. Aber nicht mehr. Standard-Granade hier zu nehmen. Nein, ich wollte mich da auch reingraben, aber ich hab das nicht gesehen. Äh, oben rechts. So, was machen wir denn? Lasst bitte Heimdalen in Ruhe. Ja, ich glaub, was anderes kann ich gar nicht machen. Ja, aber warte. Vielleicht find ich ja was Gutes. Ja, ich hab die Kasse. Der Kleine löst die Mini nicht aus. Aber er kann sie da hinkicken. Ach, egal. Das wär zu etwas. Nein, ich wollte dich da reinschlagen. Schade. Oder? Komm. Die geht noch hoch, aber nicht, dass du noch von der Druckwelle ins Wasser. Ich find die Position, die ich jetzt habe, besser. Ich hoffe, Heimdalen ist jetzt dran. Oh, fuck. Ich hoffe, Heimdalen ist jetzt dran. Guck mal, Loki stirbt da einfach im Wasser, Mann. Oh Gott. Ich dachte, ich bin mit dem Linken da dran. Tor, gehen wir mal wieder nochmal. Das ist doch der Kleine Wurm. Der löst die doch nicht aus, oder? Ja, aber ich dachte, ich bin mit dem Linken dran. Bin nach links gelaufen. Ein Pupskissen. Wie hast du das eigentlich eingestellt, dass alle von dir diesen Hitlerbart haben? Hä? Das ist mein Outfit einfach. Standard. Dalu halt. Okay. Ach, den Hitlerbart. Ich bitte dich. Das ist ein ganz normaler Bart, den man hier... Ein Mann hat's für alle versaut, ey. Ich halte Champions-Stütz auch keinen. Kannst du mal weggehen? Dann müsste der Upper Captain gehen. Oder Baisy. Du, jetzt hast ihn eingesammelt, oder was? So, Kollege, ne? Raus hier! Raus, oder schnell! Ach, du, unten wäre Wasser, verdammt. Nicht Heimdalen, nicht Heimdalen. Loki ertrinkt, ey. Ach, die ertrinken jetzt nicht mehr instant, oder was? Na, wenn sie außerhalb der Map den Wasser wählen, dann ja. Ja, okay, aber in dem Wasser nicht. Ja, ja, genau. Könntest du ja Flatten wie... Es sieht auch eher so aus wie... ...Jetpack oder so runtergehen zu... Er hat doch das Jetpack schon an. Er will erst mal abcashen. Das ist ja lustig, dass die jetzt da nicht mehr draufgehen. Ja, das ist so ein bisschen was anderes als das Wasser, was es sonst gibt. Also, das gab's ja vorher auch nicht damals. Also, du könntest Hot Tag wählen. Isach muss man freischalten, ne? Okay. Das Geile ist halt mit dem Wasser, wenn du jetzt eine Riesen-Explosion machen würdest und so weiter, wird das Wasser abfließen und so weiter. Guck mal, du hast das Wasser zum Überschwappen gebracht. Weil ich so fett bin. Ja, okay. Dead Physics. Ist doch gar was runtergetraut. So, und wenn Harry Botzer jetzt nicht gleich gewalt ist, verlierst du jede Runde 5 Leben. Ja, aber da ist ja ein Heal-Ding. Oh, hier die beiden grünen, ganz unten rechts, ey. Ja, einer von denen ist aber gleich dran. Hoffentlich. Oh, wie geht das jetzt nochmal? Das ist nicht Leertaste jetzt. Das ist eine andere Taste. Ich weiß nicht, welche das ist. Enter. Und er fliegt wieder weg. Also Enter ist wirklich Enter? Ja. Okay. Er ist weg. Abgesoffene. Outplayed. Standart so als Tooltip, oder? Nö, ist in den alten auch mit Enter immer gewesen, deswegen. Ey, ich hab von wegen ja der alte Profi wieder am Werk. Nämlich wundert es halt nur, dass man jetzt eine Maus nehmen kann, das wusste ich nicht. So, warte, wie krieg ich jetzt Crabs da weg? Welchen? Den unten rechts, den? Deine Boah ist da gleich verrückt. Wie kann ich, äh, Jetpack, wo ist das? Hier ist Jetpack. Recht mittig auf der rechten Seite. Ja, toll. Zieh's auch an. Hast du doch schon. Der Helm. Wo es Leertaste drückt, um es zu verwenden. Ach, guck mal, bei dem Fetten hat man weniger Tang. Ja, genau. Richtig, der letzte Fett ist. Oh, und jetzt hat er drei Würmer da unten. Oh, shit. Schieß doch, du. Du musst erst mal ein Jetpack wegmachen. Immer locker bleiben. Man soll nicht das gut können. Jetzt bewegt dich doch irgendwo hin. Jetzt musst du wieder die Waffe auswählen. Du hattest gerade die Waffe am Jetpack und jetzt nimmst du die Waffe so, weil der Jetpack ja alle ist. Dann machst du doch selber Schaden, wenn du so schießt. Und jetzt geht er... Der stirbt doch nicht davon. Der lebt doch aufs Jahr. Nein, hat er noch, ey. Es sind da drei Würmer unten. Mir egal. So, Global Elite, da doch. Da würde ich mal ein Pupskissen hinschmeißen. Ich hoffe, das Seil hält mich. Ach so, der, weil du so dick bist. Ey, aber, hä, das überlebst du doch nie mal. Ach so, du machst das Seil. Geht das Seil nicht weiter? Hm, oh Gott. Reicht doch, wenn er so das Ding ins da hinschmeißt. Oh, ich dachte gerade, das fällt... Oh, Alter, was? Was war's da für mich? Oh, was? Er hat wohl Glück gehabt, ey. Glück im Unglück. Aber dann war gut. Du hast da rausgeholt, danke. Ja, der ist ja fast da. Ja, trotzdem nicht schlecht, oder? Haben alle gut kassiert, ey. Ist egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Was ist das hier? Stehen jetzt auch zwei Leute neben mir. Ja, komm mal rüber gelaufen. So zu Fuß. Gibt's einen... Hab ich keine... Nee, hab ich nicht. Auf den Wann. Ich muss gucken. Ich muss mich entscheiden. Du musst dich entscheiden. Was ist das? Granade. Das sieht nicht aus wie ein Laser. Nee, kann ich nicht tiefer. Verdammt. Ich brauch was anderes. Das ist ein Mörser gewesen? Ja, super Mörser. Eine Wasserbombe. Ach, konnte man eigentlich... Oh nein, er will mich schwemmen. Er will mich wegschwemmen. Viel zu doll, oder? Oh, nee. Ach, scheiße. Oh, okay. Okay, das geht. Ich wollte sie eigentlich... Jetzt guck runter. Der Wurm unten. Ah, schade. Zu wenig Wasser gewesen. Sonst hätten sie das mitgenommen. Den 16er. Weil die Kiste ist jetzt auch weg. FC Barcelona. Aus den Tiefen des Meeres. Quält er sich da hoch. Der Schwecken aus dem Wasser. Hab nur schwere Klau. Loki geht jetzt gleich hard down. Ja, vor allem, weil der ja auch mehr Schaden macht. Der Fettsack. Der überrollt ihn einfach. Das ist gut. Macht das. Na, ich weiß nicht, ob das klappt. Ich auch nicht. Aber der Baseballschläger macht auf jeden Fall 30 Schaden. Vielleicht reicht es, wenn du wirklich aber schlägst. Der Fette macht sogar noch mehr Schaden. Ja, deswegen, ja. Ach, komm. Boah, Alter. Das ist doch ein Schlag drauf. Oh, so ein kleines Wasser, ey. Guter Drive. Guter Abschlag hier von Grant. Oh, jetzt bin ich gespannt. So, was soll ich jetzt mit dem machen? Alter, wie psychos sieht der denn aus? Was hat denn der für ein Brain, Alter? Können wir jetzt theoretisch noch ein Jetpack holen, oder? Ja, oder Ninja Rope. Ich komme mir mal an Ninja Rope, nur um mal zu gucken, was das ist. Mich irritiert, dass das jetzt hier so zwei Backlars gibt. Du schießt es in eine Wand, und dann kannst du dich sozusagen, also das ist wie so ein wirklich, also da kannst du dich dann ranziehen, also hochziehen, schaukeln, whatever halt. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Ja, so sieht schon mal ganz gut aus. Ja, das ist weg. Ja, nein, du hast nur nicht gewinnt. Wenn du dich triffst, wird auch nicht abgezogen. Ja, scheiße, ich glaube, ich bin zu weit weg. Du könntest einen Double Jump probieren und das Wehlen des Sprungs zu aktivieren. Ja, ehrlich, das geht. So, pass auf. Nein, komm, du kannst jetzt nach oben, nach oben. Du kannst nach oben erstmal ziehen, das Seil. Alter, Nils, du hast echt nicht mehr viel Zeit. Du kannst auch hin und her schaukeln, loslassen und ein neues schießen. Alter, du fällst da einfach runter. Zehn Sekunden. Ja, der macht nichts. Oh, jetzt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Boah, ist so ein Glück, Mann. Spring ins Wasser. Boah, Alter, hast du ja einen Schwein. Ihr habt das Spiel noch nie gespielt. Ach, scheiße. Ich will nicht, dass der dran ist. Kann doch nichts machen. Es gibt doch so einen Airstrike, oder nicht? Ja, aber noch nicht, erst später. Kannst du dich theoretisch durch den Fels bohren und dann fällt die ganze Felswand runter? Oder? Nee. Nee, so weit. Das wäre geil, ey. Sind wir mal auf dem Weg nach Grants. Ich bin gleich da, Kollege. Noch 30 Runden. Leg deine Mine hin und geh weg. Hey, wann bin ich denn dran? Wie? Du hast doch den Super Drive gemacht. Ah, stimmt. Noch eine Wasserbohr. Nee, die würde ich einfach noch überschwimmen. Was macht der Krabs jetzt? Mäh. Mäh. Ich hab so ein Pupskissen, das blöde ist. Ich weiß nicht, was das Pupskissen macht. Wahrscheinlich ist das so ein Fun-Item. Ich weiß, was er Pupskissen macht, aber ich glaube, ich sag's nicht. Ich hoffe, gleich ist Hugo Boss da nicht dran, weil der könnte mich wegdreifen. So, Ducky, tu mir leid. Ah, aber Ducky, der hat doch schon Rücken. Oh, der kommt zu mir. Shit, der ist bei mir jetzt. Wie ist denn das da unten, ja? Wie sie sich hier wieder verbünden gegen mich. Ich hab nur noch zwei, ey. Oh, nicht der. Ach, der ist... Oh, das kann übel enden. Du musst den 21er mit dem Baseball-Schläger zum 38er schlagen. Ja, komm, wir machen einen mitnehmen. Oh, das ist der Kleine. Der Kleine löst keine Minen aus. Ach so. Spur, scheiße. Kein Problem, ich helf gleich nach. Erwartet, erwarte, jetzt rech ich mich erst mal hier. Ein Schuss reicht. Man könnte es aber auch mit Steel machen, aber musst du wissen. Steel ist nicht mein Ding. Komm, bekomm einen Damage. Warum hast du nochmal drauf geschossen? Er wäre doch gestorben. Warum nicht? Du hättest auch auf das explosive Fass hingeschießen können. Ja, das explosive Fass drüben. Ach so. Er wäre nach dem ersten Schuss hingestorben. Nein, das habe ich jetzt gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Das war's. Und da hätte ich noch was mitnehmen können. Oh, Global Elite. Was ist, wenn man, ist das hier noch so, wenn man so eine Kisten anschießt, gehen die auch explosiv in die Luft oder was? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Habe ich noch nie ausprobiert. Meine ja, also sowas bei den anderen ist so nice. Kannst du nicht auf den anderen gehen? Ich wollte erst mal meine Coins haben. Oh, jetzt habe ich was fallen gelassen, leider. Bin da. Alp so wild. Ich hatte leider selber den Kleinen, sonst wäre ich auf die Mine kurz geflogen. Ich komme, ich komme gar nicht schneller. So, die Waffe, die ich jetzt bekommen habe, habe ich noch nie ausprobiert. Deswegen, wer das jetzt einfach mal macht. Er kommt hier nicht mal hoch, der ist zu fett, ey. Pups-Kissen. Nee, nicht Pups-Kissen. Will die einfach mal ausprobieren, einfach weil ich nicht weiß, was es ist. Ähm, wo ist sie? Da. Keine Ahnung, was sie macht. Wo schieße ich denn da hin, in welche Richtung? Wenn du, was auf dem Mörder, der hat immer volle Pulle, glaube ich, ne? Immer. Heißt, du müsstest so ein bisschen, wenn du den Wind mit einst und bericht. Das hat volle Pulle. Oh, Glück gehabt. Der wird weggeschwemmt? Nicht. Hä, wie oft schießt der denn? Alter, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wie viel der schießt. Ja, dreimal wahrscheinlich. Oh, guck mal, wie der da steht, ne? Der wartet doch nur darauf, ey, da runtergeschubst zu werden, komplett. Oh, der FC Bastogon. Ja, guck mal, da ist der Dalu. Oh, yeah. Oh. Er hat die Moves, Sucker. Komm schon. Was machen wir denn jetzt? Und eine rechts aufgeben. Das ist echt ätzend, dass man manchmal so lange warten muss. Äh, wieso hast du sowas? Ich habe ja auch was. Das ist der Air Strike. Ne, ne. Am Lenkerkäte, ne? Ja. Oh, kannst du das nicht. Aber die musst du jetzt gut rausbringen, weil die hat erstmal volle Power. Aber reicht, oder? Ne, ne, das reicht glaube ich nicht, oder? Ne, elf. Diese Miene, die er am Kopf hat, ey. Der rächt sich jetzt. Man muss sich erstmal voll irgendwie wieder an Worms gehen. Ja, ja, klar. Oder das überhaupt mal lernen. Voll die Noob-Action, die wir hier machen eigentlich. Ach, aber. Ja, soll man sich nicht beschreiben. Na, wo na. Kommt doch. Ey. Gute da. Warte. Gerade nach oben ist gut. Ne, ne. Was ist das für eine Waffe? Super Mörser. Wo hat er denn den her? Du hast auch zwei Stück davon. Was war auch drei? Ja, ich hatte noch einen eingesammelt. Ach, zu wenig. Ich dachte, das kommt da oben zu den drei. Du findest ja wohl, machst du die ganze Map kaputt. Das ist aber nicht gut. Da unten ist jetzt viel Wasser. Der teilt sich nochmal auf. Das ist eigentlich interessant zu wissen. Das Erdbeben ist auch eine sehr feine Sache, ey. So, du Bande. Bis seit wir dadurch. Selbstmord. Okay. Pupskissen, aber das ist nicht gut, ey. Keine Ahnung. Probier doch mal, was das macht. Oh, das ist eine Granate, Alter. Ah, das ist bestimmt eine Brandgranate. Klingt gut. Ja, ich glaube, das ist ein Napalm. Ich weiß, was das ist. Na, vor allem ist es auch nicht. Ich bin jetzt erstmal was anderes. Wie, was willst du? Ach, nö. Ich bin zu fett zum Fliegen, tut mir leid. Das Wasser kommt. Das ist ein Blindgänger gewesen. Ist das Zufall, oder? Ja, genau, das ist Zufall. Weil das hätte jetzt auch nämlich die Ecke weggesprengt und dann wäre das Wasser darunter geschwommen. Und hätte vielleicht den Zehner mitgenommen. Oh, jetzt hat Krebs natürlich auch wieder. Also bist du denn? Ein Vetter bist du, oder? Ja, du bist ein Vetter. Hat nur schwere Knochen. Wohlhabender. Oh, was schieb. Komm, Zünder ist da. Damit töd ich mich selbst. Ja, nix. Geh doch da hoch. Keine Ahnung. Du hast ja Jetpack und alles. Weißt du was. Bring! Oh Gott, die Mine. Ich dachte, die Mine fliegt zu mir. Oh, der Wassertropfen. Mine ist eh schon ein Blindgänger. Ah, okay. Was? Danke. Nein, nein, nein. Alter, warum hat der so eine dicke Explosion gehabt? Blindgänger. Weil er so dick ist. Echt? Auch ein Blindgänger. Alter. Die Dicken haben eine dicke Explosion. Damit habe ich nicht gerechnet. So ein Dussel, ey. Aber was willst du denn hier? Jetzt will er Nils fertig. Mach Nils fertig. Mach doch mal einen anderen fertig. Ich habe doch nur noch anderthalb Würmer. Wir könnten auch Krabs fertig machen. Der ist noch zwei Starke. Nein, habe ich nicht. Du bist am Führen. Nee, Granz ist am Führen. Ja. Ach komm. Ich habe nur noch die beiden. Der steht da zu schön. Einfach nach oben ballern, genau. Ich bin zu fett, ich fliege nicht. Immerhin kriegst du Schaden. Ja, Schaden hat Aua gemacht. Uh, der war ganz schön, der Mensch. So, aber ich finde das eigentlich ganz nett mit der Lenkrakete. Das werde ich jetzt auch mal ausprobieren. Guck mal, hier hat Barcelona. Der führt einen. Vielleicht könnte ich da den Grenz an der Klippe wegsprengen. Ich werde den mal probieren. Ich verschone Nils noch. Wo haben wir denn die Lenkrakete? Weit oben links. Unten rechts. Weite Reise, ganz links. Der rutscht da eh ins Wasser, ey. Wenn er da überhaupt hinkommt. Naja. What the fuck, ey. Ich dachte, das hätte einen größeren Radius. Oh, jetzt lackt er sich da rein. Ach, Schaden hat er mir gegönnt. Run, ey. Das ist krass, ey. Übertreib wieder. Das ist hart. Er ist dran. Die magische Zeit. Ah, der Unnötige. Äh, jetzt schieb ihn auch da unten. Hättest du den nicht teleporten können, vorhin? Nö, Dalu, nö. Lass mich doch einfach in Ruhe. Oh, das ist der Turm, Dalu, das ist gemein. Bitte komm, großer Vogel. Hä, Wasser. Das ist gemein. Die rutscht da. Ja, Wasserbocken. Das ist aber dreist. Ich bin aus. Ich bin aus. Du hättest da oben auch grenztürten können. Jetzt hast du ihn anköpft. Da war außerdem auch sein eigener mit drin. Nein. Doch, da oben. Oben links. Ja, ja, oben links ist meiner bei. Ja, schön war's. Gute erste Runde. Jetzt wird er fertig. Töte den Dug. Du bist ein fetter. Boah. Hab geschlagen. Den hab ich. Oh, da oben die ganzen Waffen. Gibt's noch den Teleporter? Ja, bestimmt. Den muss ich gleich haben. Ja, jetzt muss ich erst mal gucken, was ich mache. Erst mal oben Wasser rein, gucken, wohin sie schwimmen. Na, ich versuche mal was anderes. Hattest du grad einen normalen Airstrike gehabt? Ja. Ja, hat er. Na, fick den ich, Alter. Oh, ich glaub, meinst du, der trifft den 57? Nein. Alter. Ja, ja. Der arme. Piff. Welcher ist denn dran? Ach, der. Boah, Serona. Der, keine Ahnung, wer er heißt. Keine Ahnung, was manche Items machen, ey. Der hat doch immer noch nicht das Furzkissen gemacht. Ja, da steht leider nicht genau dran, was es tut. Ich weiß es. Soll ich sagen? Ja, sonst werde ich wahrscheinlich eh nicht benutzt. Ähm, das Furzkissen prallt immer wieder überall ab und hinterlässt eine Giftwolke und jeder Wurm, der da drin ist, ist vergiftet und bekommt pro Wurm ne 5 Schaden. Ist das nicht der Kleine? Ah, ne, der ist tot. Schade. Und er fliegt da nach oben. Ja. Ah, ins Wasser. Ja, jetzt muss es, er muss es regeln jetzt. Du hast noch einen Halden, wo er muss es machen. Aber du kriegst nochmal 5 Leben dazu. Durch den Wurm. Nein. So, wen mach ich denn jetzt? Ja, da oben kann ich keinen wegschwemmen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Der Dicke schwemmt doch eh nicht, oder? Aus dem Airstrike kommt relativ viel Wasser, muss man sagen. Das ist schon eine Menge. Ja, fürs erste Spiel, ich kann es einfach mal versuchen, mal gucken, was passiert. Wenn du tapst, kannst du mal die Wichtung ändern, aus welcher Wichtung der Airstrike kommt. Aber ich glaube, das sieht sogar nicht so aus. Das ist mir ziemlich egal. Ja, ne, hinterher wird das nicht mehr egal sein, aber... Ja, ich mach es mal wegen dem Wind. Problem ist, dass der Dicke jetzt wahrscheinlich ertrinkt. Ne, der kriegt nur 5. Ja, aber er hat doch noch mal. Aber jetzt ist doch Dalu dran. Aber wenn man ja jetzt nochmal oben eine Explosion reinbringt, dann wird der vielleicht auch rausgeschwemmt. Oh, der Dämmel und der Dicke macht ja so eine Riesen-Explosion. Nicht so eine Explosion. Wie hast du ihn jetzt getötet? Er hat 5 Damage bekommen, weil er nicht dran war. Schöner Graben. Ja. Wollt ihr das Leben? Er will erst schießen. Ich glaube, er will erst schießen. Dann. Welches Leben? Da links im Wasser ist noch HP. Das Wasser hat einen komischen Veroberstärkenspannung. Wie soll ich dann wieder rauskommen? Ach, okay. Ah, der Skill. Das Skill. 20 Sekunden. Du könntest sogar mit dem Wind einen geilen Schuss machen. Mit der normalen Bazooka, ey. Ah, der hätt's doch cooler machen können. 10 Sekunden. Irgendwann. Los. 4, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5 ... Was ist denn? Aber die Wandelt. Eine Granate einfach. ne? Ja, der ist gar nicht mal so schlecht. Der ist jede Runde, der war natürlich jede Runde vom Team. Ja. Ich weiß ja nicht, was ich machen könnte. Also... Du musst da eigentlich weg. Weil Dalu hat sich jetzt durchgegraben. Ja, vielleicht kann ich Dalu... Ja, wie soll ich weg? Du brauchst einen sicheren Stand. Ja, du kannst dich auch noch rechts reingraben, zum Beispiel. Das könnte ich machen, ne? Ja, aber Dalu kann auch da gleich rüber. Im Jetpack, ja. Wenn er dann da drin ist, ist er tot. Vielleicht kriegt Dalu so, vielleicht kriegt Dalu so irgendwie weg. Aber ich kann ja nicht... Ich hab mir eigentlich da eine gute Schanze gebaut. Vielleicht kann ich da ja ein Hole-in-One anbauen. Hole-in-One. Das ist unmöglich eigentlich. Hä, woher hat er die Hole-in-One? Hat er eine irgendwie. Hat er eingesammelt wohl vorher. Viel zu weit. Oh. Oh. Boing. Ding. Lade. Geht's ihm noch hoch? Ne, ne. Ah, das wär der Hole-in-One gewesen. Da treibt man jetzt noch Zielen, oder? Ah, schade. Und er verkriegt sich wieder in seinen Schützengraden. Ja, natürlich. Dein Führer-Bonker. Ja. Focke meinen Bonker. Eigentlich dachte ich, der Mörser ist noch ein bisschen stärker. Ich wollte da oben gegen die Wand von Grants schießen. Guck, man hat übrigens mein Grabstein neben Grants. Wie seht ihr das immer alles? Der Blitz. Ja, der Blitz. Was war das? Teleklinik. Sehr schön, Nils, wenn zwei nebeneinander sterben. Ja, da brauchst du nicht mehr. Ganz jetzt nicht mit dem Anfang. Ach, da unten sind ja voll die guten Items. Hä? Die sind jetzt erst freigeschalten. Die kommen erst hinterher. Die Heilige und so'n Quatsch. Oh, der ist super scharf. Oh nein, er kann's weg. Oh, der hole in one. Der hole in one. Oh, das Wasser steigt. Oh Gott. Ich glaube, ich bin gleich weg. Ja, aber du bist da jetzt dran. Alter, jetzt muss er da wirklich weg. Nein, bleib noch da. Locker drei Runden. Nein, nein, nein. Ich hab leider doch, ich hab noch ein Jetpack. Du hast doch noch gar keins benutzt, oder? Boah, der hat sogar richtig spät, der Ball. Ja, aber Nils fliegt, ey. Der hätt's doch da woher ins Wasser schubsen können. Ja, natürlich. Dann sollte er auf mich gehen. Ja, weil er dann selber den Bunker da unten hat. Ich ertrink doch auch bald. Naja, komm. Was tust du? Ja, der sollte da nicht ins Wasser. Doppelsprung. Ey. Der sollte da nicht ins Wasser. Bleib mal auf, springen drücken. Und in eine Richtung lenken. Ey. Das geht's nicht. Andersrum drehen. Fünf Sekunden noch. Von der Wand weg. Von der Wand weg drehen, du Idiot. Und Doppelsprung. Und nein. Warum springt der da vorne? Ey, geh doch aus dem Wasser, Nils. Von der Wand weg drehen und dann Doppelsprung. Unglaublich. Hab ich doch gemacht. Ich hab mich doch von der Wand weg gedreht. Nein. Nicht einmal. Doch. Was meinst du, warum ich weggesprungen bin von der Wand? Ich hab ja versucht, mich wegzudrehen. Und hab ich auch geschafft, und dann so einen Backflip rüber zu springen. Aber das ging leider nicht. Ich dachte grad, du schmeißt nach unten. Hallo, Wurfskills, oder was? Glaub ich klappt nicht. Nimmt er den leichten oder den schweren? Nee, 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 nee. Ich weiß, weil er noch eine Kante ist. Du gegenwirfst gleich. Ja, wir machen das anders. Ah, der Mörser reicht nicht. Nee, der ist... Ich muss erstmal... Ich muss erstmal heal. Ah, taktisch. Oh, der ist ja ein schönes Ziel, eigentlich. Oh, geil. Oh, zwei Waffen liegen da. Ja, und da liegt ne richtig geile Waffe, die muss ich haben. Echt? Du siehst, was da liegt? Ja, weil ich hab Telekinese eingesammelt. Nee, 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 ein Wurm sieht am Anfang der Wunde, was in den Kisten ist. Nee, nee, ist wirklich Telekinese. Geil. Jetzt die Hubschrauber-Attacke, oder was? Der Beton-Esel. Dann wär vorbei. Der Esel. Der ist scheiße. Was hat der vor? Ich kann das da nicht so richtig erkennen. Ist das hier Hintergrund? Ja. Ja, ja, das ist alles Hintergrund. 15, 14, 13. Oh. Ah, der trifft nie. Oh. Nie trifft der. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 3, 1, 1, 2, Nein, das wusste ich nicht, Mann. Ey, mich verwehrt das so mit diesem Hintergrund. Es gibt doch schon Hintergrund. Warum gibt es noch einen Hintergrund? So, zum Beispiel siehst du dieses da jetzt vor Dalu das genau? Ja, ich weiß. Das ergibt gar keinen Sinn. Oh, Alter, was für ein Wurf. Oh, Nils, mach einen Abgang. Ich habe ein Piepen im Ohr. Der ist tot, glaube ich, Stefan. Ja, er ist weg. Ja. Ich wusste das nicht, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Ich hoffe, du hast deine Waffe jetzt gefunden. Ist das der Beton-Esel? Nein. Der Scheiße. Der Scheiße. Der war so nie früher. Der war damals ja auch OP, aber er trifft noch. Hat gereicht. Oh, ist das ärgerlich, ey. Aber das wusste ich nicht. Ich dachte, der geht einfach gerade runter. So war es früher. Ja, aber der war auch mega OP damals. Deswegen habe ich mich ja so gefreut, dass ich den gefühlt habe. Ja, hat er doch geklappt. Der Dress hat gewonnen. Wer hat überlebt. Wer heißt also, wie heißt der? Dolly Boster. Okay, hier jetzt noch ein paar Archivements. Ja, Meister Lindner-Schaden-Team-Grün. Meister-Team-Beschuss auch Grün. Ja. Irgendeine bekommen, irgendeine Meisterstörte Kisten. Super. Oh, vier Würmer ertränkt. Geil. Ciao mit Boster. Ja, Leute. Das war der erste Part. Schaut auf jeden Fall mal bei den anderen vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Haut rein. Tschüss.